Hallo liebe Leute, Dr. Dexter hier mit einem ganz kurzen groben Guide zu Map Sustain und dieser Liga und meine Erfahrung zum Race bis Level 100. Ich bin leider an Packet Loss mit Level 96 gestorben, aber wenn man in meinen Map Stash kommt und schaut, ich konnte Tier 15 sustainen. Also ich habe jetzt immer noch sieben Stück drin liegen und meinen Tier 14er Map Trops kann man sustainen und wenn die wirklich leer gehen, dann habe ich unendlich viele Tier 13er. Also ohne Probleme machbar. Wie habe ich das geschafft? Ich habe nicht die Leak Mechanic verwendet. Wenn ihr die Leak Mechanic zusätzlich noch spielt, würdet ihr überhaupt gar keine Probleme mehr haben, weil die droppen ja auch nochmal Maps. Aber weil ich beim Level 100 Race sie zu Rippy fand, habe ich sie bei den hohen Tier 15er Maps weggelassen, nur in den gelben und weißen Maps gemacht. Sprich, wie habe ich das gemacht? Mein Atlas sieht folgendermaßen aus. Ähm, äh, ich, die unteren Maps erzähle ich nicht. Ich zeige euch nur, welche Maps ich die unteren geshaped habe. Also Haunted Mansion, ähm, habe ich geshaped und ich habe, ähm, Toxic Surer Map geshaped. Super Map. Wenn man noch nicht im Tier 15 Bereich angekommen ist, würde ich euch diese zwei Maps empfehlen. Und Toxic Surer, zwei Sextanten, weiß hier die zwei, kann man benutzen, um Toxic Surer zu laufen. Auf der Maps sind mit zwei Sextanten ungefähr 700 bis 800 Monster, die man, äh, mit einem guten Bild, ich hatte Righteous Fire gespielt, mit circa in einer Minute, unter einer Minute, die komplette Map laufen kann. Also die Map-Monster-Dichte auf dieser Map ist einfach nur unglaublich. Und wenn ihr es schafft, eine Tier 16er, äh, zu bekommen, dann würde ich Toxic Surer für diese Season empfehlen. Also Toxic Surer, muah, einfach nur lecker. Ähm, leider nur Tier 12, wir wollen höhere Maps haben. Ähm, in Solo Cellfront ist Tier 16 fast unmöglich zu bekommen. Oder was heißt, fast unmöglich ist möglich, aber super schwierig, lohnt sich nicht bei einem Race. Deswegen müssen wir uns auf das Höchste einigen, was wir können, das ist Tier 15 und da empfehle ich euch Tier 13, ähm, Shore Map, die ist super gut geeignet, die ist eine schöne Map. Ähm, Tier 14, Tropical Island und Tier 15, Estuary Map. So, warum habe ich erstmal Tier 13, ähm, Shore Map und nicht Invested Valley? Der Grund ist ganz einfach, ich hatte am Anfang Invested Valley gemacht, weil man möchte natürlich alle seine Shape Maps in einer Ecke haben, damit man immer den Shaper und Elder Einfluss hat. Das Problem ist, dass man keine Sextanten hat. Man kann nur rote Sextanten zusammenverwenden. Man hat keinen gelben Sextanten, der, ähm, beide Maps abgrenzt. Und, ähm, deswegen habe ich den freigemacht, um hier immer den gelben Sextanten drauf zu machen und den roten Sextanten dann auf die Estuary Map. Und dann habe ich quasi immer zwei Sextanten auf diesen zwei Maps. Und so habe ich das Sustained. Sprich, ihr macht, ähm, zwei Sextanten drauf, Quality drauf, also, ähm, immer so viele Kartograferschüssel, wie ihr könnt. Die gehen immer wieder leer. Sprich, ihr könnt das nur jede dritte Map ungefähr ein, zwei Kartograferschüssel drauf machen. Sonst eben ohne. Sonst eben Alchemy und, äh, Orb of Scouring immer auf die Map machen. Also ich kann ja mal eine Map rollen und euch zeigen, wie das ausschauen sollte. Also nehmen wir eine Belfry. Ihr macht eben immer Kartograferschüssel, soweit ihr könnt. Wenn ihr keine habt, dann macht ihr halt keine drauf. Also immer komplett leer machen, den Stash. Dann macht ihr ein Orb of Alchemy drauf und dann schaut ihr auf die Item Quantity. Bei der Ebitum Quantity, also die ihr hier gerade seht, ne, ähm, muss über 80% sein. Wenn sie unter 80% ist, neu rollen. Ja? Okay, ein bisschen Pech, das ist selten. Und geklappt, 101%. So. Ähm, das ist jetzt die Frage. Dadurch kommt man natürlich auf schweren Map-Content. Ich hab ein Bild gespielt, das jegliche Map laufen konnte ohne Probleme, selbst egal, wie schwer sie war. Das einzige, wo ich ein bisschen Probleme hatte, ist natürlich No Regeneration Map mit Righteous Fire, aber selbst das geht. Also wenn ihr ein starkes Bild spielt und bei einem Race spielt ihr meistens OP-Bilds wie, keine Ahnung, Ark oder so. Oder Righteous Fire oder ihr spielt, ähm, Brands oder so. Dann könnt ihr auch solche schweren Mods laufen. Und, ähm, das ist jetzt eine super krass gerollte Map, die hat 101%. Das ist halt der absolute Wahnsinn. Wenn ihr so eine Map habt mit 100% plus, dann würde ich, äh, euch auch empfehlen, ähm, die Sanamot zu verwenden und die Sextanten mit vier Breach, ähm, Sachen, also zwei Breaches noch dazu machen in die Map. Ähm, das kostet vier Chaos Ops und die hab ich halt auch immer auf leer gehabt. Also immer dann Breach gelaufen, wenn ich kann. Ähm, Perandos hab ich auch ausprobiert, würde ich nicht empfehlen. Ich find das schlechter, außer man läuft nur Perandos in der Trade-Liga zum Beispiel. Aber in Solo-Selford empfehle ich Breach. Das ist für XP und, äh, Sustain unglaublich gut. Ähm, genau. Und das läuft man halt die ganze Zeit. Und ab und zu, äh, man kann ungefähr 80% dann sustainen. Und die restlichen 20% sustaint man, indem man eben Tempel läuft. Wenn ihr ein Tier 15 Tempel macht, dann, ähm, hab ich die, äh, Moment, ich geh kurz zu meiner Alva und zeig euch, wie, wie man den Tempel, also. Die Alva trifft ihr dann in der Map und die müsst ihr Tier 15 brauchen. Und welche Räume braucht ihr dafür? Ihr braucht natürlich den Map-Raum, aber vor allem braucht ihr, ähm, hab ich den Raum? Da, diesen Raum, Workshop. Increase the life of the Omni-Tech, increase item yields of the Tempel. Diese Omni-Tech, ihr werdet den Boss sowieso überspringen, aber dieses Increase item yield of Tempel erhöht die Quantity im Tempel. Und das ist quasi ein riesiger Tier 15er Map. Und im Durchschnitt droppen dort zwei bis drei, ähm, Tier 15er Maps oder Tier 14er, die ihr dann auch wieder zum Sustainen braucht, diese letzten 20%. Und weil ich das eben gemacht hab, konnte ich, ähm, zu 80%, ähm, Tier 15, 14 laufen, außer die restlichen Prozent auch ab und zu Tier 13. Warum? Nicht, weil mir die Maps ausgegangen sind, sondern weil der Shaper und Eldereinfluss ab und zu weg geht. Wenn der Shaper und Eldereinfluss weg geht, dann hört ihr mit der Tier 14, 15 schnell auf und läuft, äh, verbessert euren, ähm, äh, verbessert euren, äh, Einfluss. Also verschiebt ihn, je nachdem, wie er es, wie er halt braucht, ne? Also würde er hier sein, dann würdet ihr ihn nach rechts schieben und nach unten eben wegbauen und nach rechts oben schieben, ne? Damit er immer hier in dieser Gegend ist. Das ist wichtig. Ohne Eldereinfluss und Eldereinfluss funktioniert das gar nicht. oder ohne ist gewaltig. Das sind nochmal 200 Monsterunterschied oder so. Plus, ihr kriegt natürlich die ganzen Bases, also wenn man sich meinen Stashtab anschaut mit den ganzen High-Level-Bases, die ich mir erfarmt hab hier. Oder hier, guckt euch mal die Crystal Belts, die auf der Istrio-Map laufen. Das sind alles Tier 84er. Okay, nicht ganz 83er, 82er. Ich hab auch ein 84er-Bases. Ähm, also Map, neben den Map-Drops sind natürlich die Item-Drops extrem gut. Ähm, so eine Sache hab ich, genau. Ähm, ihr verschiebt euren Atlas, so. Ihr verschiebt den, wenn ihr könnt und wenn er nicht könnt, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ihr läuft eine Shaped-Map, die neben einem Eldereinfluss läuft, ist, dann, ähm, schiebt ihr den Eldereinfluss darüber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ist keine 100%, das haben die entfernt, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Wenn aber daneben nichts ist, quasi, ich hab jetzt leider kein Beispiel. Sagen wir mal, hier würde nicht Shaper sein, sondern hier würde leer sein. Dann würde der Elder von allein auf diese unbenutzte Map rübergehen. Das passiert aber nur, wenn ihr, ähm, irgendwo anders in der Map, die nicht in der Nähe ist, zum Beispiel hier diese Map, die ist nicht connected, zu einem Eldereinfluss lauft. Äh, ihr müsst halt immer Shaper entfernen, damit der Elder größer wird. Also, der Elder kann nie größer sein, äh, als, äh, der Shaper-Einfluss, also quasi von der Anzahl her. Wenn ihr zu viele Shaper-Maps habt, dann kann der Eldereinfluss nicht wachsen. Deswegen müsst ihr dann irgendwelche anderen Maps außerhalb der Map gehen. Und wenn keine in der äußeren Wand sind, die quasi, also nur verbundene Maps sind und ihr trotzdem nicht seht, dann läuft ihr eben einfach Tier 13. Das ist der Grund, warum ich manchmal Tier 13 einfach laufe, obwohl ich Tier 15 hab. Also, einfach irgendwelche Maps laufen und dann nehme ich natürlich die Shore-Map, die hat wenigstens noch Tier 14 zu stehen. Äh, da können halt Tier 14er auf 15er droppen. Und, ähm, ich kann einfach die so lange laufen, bis mein Elder und Shaper-Einfluss sich stabilisiert haben. Also, kurz Zusammenfassung. Sextanten drauf, Quantity über 80% versuchen immer zu machen. Wenn ihr keine Kartograferschüssel drauf macht, dann eher, ähm, bei 75% belasten versuchen zu rollen. Und, ähm, immer Shaper Eldereinfluss haben und wenn ihr ihn nicht habt, dann eben andere Maps laufen, die, äh, quasi Shaper quasi machen, bis Elder sich weiter drückt. Das ist übrigens gut, um die neue Leak-Mechanik zu machen. Also, man kann mit der Leak-Mechanik, ähm, während man Low-Level-Maps läuft, ist das ja Zeitverschwendung, wenn man sie einfach so macht. Sondern dort könnt ihr dann die Leak-Mechanik etwas weiter ausbauen, ja. Ähm, und auf Roten Maps dann pausieren. Sonst einfach Tier 13 Shore-Maps laufen und ihr kriegt den zu sehen hin. Also, ich bin mir ziemlich sicher, das dauert alles eine Zeit lang. Also, man braucht so einen bestimmten Punkt, wo es Klick macht und ihr den Maps-System bekommt. Aber wenn ihr das die ganze Zeit versucht, 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 irgendwann klappt das. Und, äh, ich hatte keine Probleme. Also, ich konnte wirklich komplett durchgehend durchlaufen. Joa, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, das hat euch geholfen, ähm, weil viele Leute haben ja Probleme mit Maps-Systemen. Somit, ja, ich denke, das ist ganz hilfreich. Also, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.